ServiceLink ist das digitale Datenmanagement-Tool von AMAN und über genau das spreche ich heute live an der Bauma in München mit Veronika. Hallo Veronika, wie geht's dir? Hallo, sehr gut, danke schön. Ich bin gespannt, was es da alles für Updates gegeben hat, aber zuerst einmal für die Zuschauer, was ist ServiceLink? ServiceLink ist ein digitales Datenmanagement-Tool, das ist für unsere AMAN-Maschinen und wir haben hier auf unserem ServiceLink-Portal 19 Maschinen, die wir auf der Bauma haben und die mit dem ServiceLink ausgerüstet sind. Also kannst du jetzt genau überprüfen, wer welchen Akkustand hat, wie viel Öl noch und so weiter? Genau, wir können mit einer Mobile App laufen, wir können genau schauen bei einer Maschine, was ist jetzt der Stand bei der Maschine, wie viele Betriebsstunden hat die Maschine zum Beispiel, was ist der Stand von der TCU-Batterie und so weiter und so fort. Das kann man alles live anschauen, hier auf der Bauma mit unseren Bauma-Maschinen. Das erleichtert dann auch die Wartung oder man weiss genau, wann man eben eine Wartung durchführen muss? Genau, man hat genau die Betriebsstunden von den Maschinen, man weiss, wo die Maschinen sind und dann das erleichtert genau die Wartung, aber auch die... Ah, also die gehen auch nicht so einfach verloren. Ja, genau. Also die kann man sehr schön auf der Map anschauen, also da sieht man alle unseren Bauma-Maschinen, die wir hier haben. Sind alle noch am Platz? Genau, alle sind noch am Platz und man kann die noch genauer anschauen, wenn man anklicken auf die Icon, also da sieht man die Position von der Maschine, der Name von der Maschine und auch mehr Informationen. Und was würdest du jetzt sagen, ist das, was dir am meisten gefällt? Also was findest du am ServiceLink am besten? Ich finde am besten die Plattform, weil sie hat eine sehr gute Funktionalität. Also sie ist offen für mehrere Schnittstelle. Wir können die Daten von unserer Plattform auf die Plattform von anderen Kunden schicken. Also das ist ganz wichtig und das ist auch etwas, was dir hilft. Und daneben ist unsere Plattform offen, auch für mehrere Hardware-Tippen. Also da haben wir verschiedene Hardware-Möglichkeiten und das bietet auch unsere Plattform, dass wir verschiedene Hardware-Möglichkeiten integrieren können. Wie sieht es aus? Kann ich das quasi auch aus der Hosentasche überprüfen? Also sprich, gibt es da auch eine App dafür? Genau, wir haben eine Android-App publiziert und da kann man auch genau die Daten anschauen, die wir auf dem Portal haben. Also man könnte von der App zum Beispiel die Betriebsstunden von der Maschine anschauen, Batteriespannung von der Maschine, Batteriespannung von der DCU und wir könnten zum Beispiel auch die Position anschauen. Man kann sogar auch die Maschine tracken. Also wir können hier die Zeit einstellen, zum Beispiel die letzten 24 Stunden und da sieht man, wie sich die Maschine bewegt hat. Also ich weiß genau, wie viel am Ende des Tages der Arbeiter dann quasi auch der Fahrer auch gearbeitet hat. Oder wie sich die Position geändert hat. Okay, ja, also ich finde ServiceLink ist ein unglaublich spannendes Tool und falls ihr weitere Fragen habt, dann steht vor der Veronika euch zur Verfügung.